Sie haben Sie um Ihre Papiere gebeten, Fräulein. Bitte sehr. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Sie schauen mir irgendwie verdächtig vor, Fräulein. Begleiten Sie mich. Weißt du, was Sie hier will? Du hast diesen Krieg verloren. Bleib hier vom Leib. Niemand kommt, um dich zu retten. Du bist allein. Das geht Sie nicht an! Das ist weg. Was ist das? Ich bin von deinem Seite. Wer seid ihr? Ihr seid ihr nicht alleine. Ihr seid ihr mit mir, um zu liberieren die Stadt. Ihr habt meine Sprache, ich lege. Vos Freunde sind dein Schema. Vive die Résistance. Ich bin dein Schema.